Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung wirkt sich auf alle unsere persönlichen und privaten Lebensbereiche aus und wird ihre dauerhaften Spuren hinterlassen. Als Beispiel lassen Sie mich das heute noch vielfach gefeierte Fest des Heiligen Nikolaus nennen. Der Einkehrbrauch beschreibt den Besuch des Heiligen Nikolaus bei uns zu Hause mit einem großen, goldenen Buch, wo alle guten und bösen Taten unserer Kinder vermerkt sind. Das ist heutzutage nicht nur pädagogisch umstritten, sondern berührt auch unmittelbar die aktuelle Grundverordnung zum Datenschutz. Das goldene Buch ist ein Dateisystem im Sinne des Artikel 6 Absatz 4 der Datenschutz-Grundverordnung, auch bekannt unter dem Begriff Datenanwendung, und stellt eine strukturierte Sammlung personenbezogener Daten dar. Hier im speziellen Fall auch noch hauptsächlich Daten von Kindern, und in diesem Zusammenhang möchte ich nur auf den Erwägungsgrund Nummer 38 verweisen. Wir machen gerade eine umfangreiche GAP-Analyse beim Nikolaus zur Vorbereitung des Maßnahmenkatalogs, denn am 6. Dezember 2018 wird die DSGVO schon lange im vollen Umfang gültig sein. Die ersten Ergebnisse der GAP-Analyse haben gezeigt, dass wichtige Fragen zur Kerntätigkeit oder der Geschäftsfelder noch nicht beantwortet oder definiert sind. Auch der eigene Status als Person ist noch offen. Juristische oder natürliche Person, Einzelunternehmer oder Angestellter einer Religionsgemeinschaft. Alles Fragen, die zur Beantwortung der eigentlichen Kernfrage führen sollten. Was ist der Zweck der Verarbeitungstätigkeiten im goldenen Buch? Das evaluieren zur Zeit unsere Experten. Bei der Einhaltung von Gesetzen geht es nicht um Freude oder Liebsein oder ob jemand dafür oder dagegen ist. Compliance ist eine Pflicht jedes ordentlichen Heiligen oder jeder Geschäftsführung. Wenn wir den Zweck evaluiert haben, gilt es zu klären, ob ein Scoring bei der Verarbeitung vorliegt. Nachdem die Kinder durch Sammeln von Bewegungsdaten in Gute und Böse kategorisiert werden, ist eine genaue Prüfung der Sachlage hier notwendig. Selbstverständlich möchte man sich in der Kategorie der guten Kinder sehen, aber aus Sicht der wirklich Betroffenen, in diesem Fall Minderjährige, besteht hier nicht nur das Risiko bei einem Data Preach auf unmittelbare soziale Ächtung im schulischen oder familiären Umfeld, sondern es werden ja auch noch die Daten der bösen Kinder ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung an den Krampus übermittelt. Hier sind vor allem nach Artikel 5 DSGVO die Grundsätze von Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz und der Zweckbindung nachzuprüfen. Der Unternehmensstandort der Knecht-Rupprecht-AG liegt in einem nicht sicheren Drittland außerhalb der EU. Im Zuge der GAP-Analyse konnte noch keine Rechtsgrundlage oder Vertrag für die Auftragsverarbeitung identifiziert werden. Um seine Tätigkeit des Geschenkebringens auch noch in einem Jahr ausführen zu können, empfehlen wir dem heiligen Nikolaus, sich über seine Kerntätigkeit eindeutig im Klaren zu sein. Er muss des Weiteren eine Datenschutzrichtlinie haben und zukünftig das ganze Jahr über erreichbar sein, um den Rechten der Betroffenen nach Kapitel Römisch 3 der Datenschutzgrundverordnung nachkommen zu können. Es geht hier nicht darum, dass die Betroffenen das ganze Jahr über Geschenkwünsche deponieren können, sondern zum Beispiel um das Recht auf Richtigstellung oder eine einfache Selbstauskunft über Art und Umfang der gespeicherten Daten. Trotz intensiver Recherchen im Archiv des Nikolaus konnten unsere Experten noch nicht feststellen, wie weit die Speicherung von personabezogenen Daten in die Vergangenheit zurückreicht. Im Zweifel werden wir hier Kontakt mit dem Vatikan und dem päpstlichen Geheimarchiv aufnehmen müssen. Letzte Gewissheit, ob und wann alle Anforderungen erfüllt sind werden, kann hier nur die Aufsichtsbehörde geben. Denn wie heißt es in einem alten Kinderlied? Wie der Wind ziehe ich durchs ganze Land und am liebsten bleibe ich unerkannt. Stell die Stiefel raus und dann freut euch auf den Nikolaus. Deine Frau Untertitelung des ZDF, 2020